Das sind ja die Feuerausgaben. Ja, gestern haben wir es davon gehabt, wenn es ist wie letztes Jahr, dann fahren wir ein 10-Wochen-Ski. Ähm, hochinteressant, hoch, ähm... Ja, wer wohl? Ich, 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 ich... Du verschießt eine Kamera dabei, ne? Scheißegal, scheißegal. Ich kann dich schämen. Schämen dich mit sowas? Scheißegal. Scheißegal. Ich wollte gerade über Hüttenschuhe philosophieren, aber... Das geht nicht, das... Mh, ja. Mh, 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 Mh. Yes! Und wenn der Poppa gut da rauf ist, lehrt ihr. Nein, nein, nein... Ein Näblof schon zugemacht. Und allocated besser. Dann stellt Putzschlag ein Geschenk. Hahaha...